So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen, mein Name ist Simon, ich bin der spirituelle Aufklärer auf YouTube und heute gibt es wieder mal ein Antichristen-Video, das zweite gegen den YouTuber The Guardian, der FredaVision hieß, der Claudio wieder mal. Und in diesem Video geht es um das Thema LGBTQ und die Entrückung, der Zusammenhang, den es nicht gibt. Kleiner Spoiler am Rande. Und heute werden wir uns anschauen, warum diese Argumente, die ihr hier bringt, nicht haltbar sind und warum das in keinster Weise Beweise dafür sind, dass es eine Entrückung gibt. Ihr werdet ganz neue Blickwinkel erfahren, wie man das auch sehen kann. Und das ist auch die einzige richtige Möglichkeit, das zu sehen, diese Zusammenhänge, die ihr heute lernen werdet. Die Christen liefern nur Pseudo-Zusammenhänge und wir liefern andere Zusammenhänge, die auch Sinn ergeben. Und diese Gegenüberstellung werde ich heute mit euch teilen. Los geht es! Und in diesem Sinne herzlich willkommen bei dem neuen Video. Kommt dir das bekannt vor? Genau. Der Regenbogen, der ist eigentlich von Gott eingesetzt worden. Aber jetzt passiert, wie du schon mitbekommen hast, folgendes. Der Regenbogen wird anderweitig eingesetzt. Denn das war nicht der Plan, den Gott ursprünglich hatte mit dem Regenbogen. Aha. Also der Regenbogen ist ein Licht, das durch Wasser und Sonnenlicht entsteht. Das war der Plan Gottes. Und jetzt wird der Regenbogen für etwas anderes eingesetzt. Einfach eine Fahne mit Regenbogenfarben wird einfach für LGBTQ eingesetzt. Und schon ist das irgendwie ein Widerspruch zu dem natürlichen Regenbogen. Also wo ist das Argument bitte? Wo ist der Widerspruch? Wo ist der Punkt, dass das eine oder das andere ausschließt? Verstehe ich nicht. Hier zum Thema von wegen Geschlechterrollen und Thema LGBTQ insgesamt. Das war nicht das, was Gott sich dabei gedacht hatte. Man muss auch dazu sagen, hier wirklich zehnmal wie viele Farben. Das sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Farben. Ursprünglich waren es sieben. Der Punkt an der ganzen Sache ist, wir gehen mal näher an die Thematik. Ein Gott sprach, meinen Bogen habe ich gesetzt in die Wolken. Der soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und der Erde. Gott schließt also einen Bund mit der Erde. Das ist ein Friedensbund, ja. Das ist, dass Gott nie wieder eine Sintflut schicken wird über die Welt. Er gibt also den Regenbogen. Das kommt direkt und unmittelbar von Gott. Und der Teufel geht jetzt volle Granate da rein, nutzt den Regenbogen, um Gott auf höchste Form zu provozieren. Das macht keinen Sinn. Erstens werden wir später sehen, dass in der Bibel steht, dass sich Gott nicht spotten lässt. Und der Klaus hat in anderen Videos gesagt, dass der Teufel die Bibel in- und auswendig kennt. Und von daher weiß der Teufel eigentlich ganz genau, dass er den Gott nicht provozieren kann. Und zum Zweiten, wir sehen immer noch keinen Zusammenhang zwischen diesem Bibelfers und der Homosexualität. Das heißt also, wo ist der Punkt, dass der Teufel, der Bibelteufel, den Bund zwischen Gott und der Erde irgendwie umdreht durch die Homosexualität? Verstehe ich nicht. Interessant ist, die Bibel hat etwas prophezeit. Die Bibel hat prophezeit in Lukas 17, 26 bis 37. Ich hoffe, du kannst das lesen. Ja, müsste aber passen. Dann hat dieser Gott zwei Massenmorde begangen. Respekt Gott. Wow. Der eine wird genommen und der andere zurückgelassen werden. Und sie antworteten und sprachen zu ihm, woher? Und er sprach zu ihnen, wo der Leichnam ist, da sammeln sich die Geier. Das hat jetzt mit LGBTQ und mit Regenbogen nichts zu tun. Weder das eine noch das andere. Interessant. Also wie zur Zeit von Noah wird es sein. Und zur Zeit von Noah, ja, richtig, das hier stammt ursprünglich, ja, also der Regenbogen eigentlich stammt aus der Zeit von Noah. Das heißt, und da werde ich dir jetzt eine Erkenntnis, einen Eindruck weitergeben, den Gott mir aufs Herz gelegt hat. Und das ist hier brandaktuell, brandgefährlich und Alarmstufe rot. Wir befinden uns gerade wie zur Zeit von Noah. Und das ist geistlich etwas, was wir erkennen müssen, weil die Welt da draußen, die checkt überhaupt nicht, was hier gerade los ist. Das ist nicht einfach ein doofer Zufall. Das ist für uns ein Zeichen, dass wir uns genau da befinden wie LGBTQ hat nichts mit den da Sachen zu tun, die wir alltäglich sowieso tun. Also von daher wie zur Zeit von Noah. Gott gibt uns Christen ein Zeichen. Ich dachte, das war die Agenda Satans. Von daher gibt es eigentlich der Satan das Zeichen. Wer es erkennt, der möge es erkennen. Ich sage es dir so, wie es ist, weil das ist hier kein Zufall. Der Teufel gebraucht diese Agenda, ja, hier von wegen auch Gottes Queer und was auch immer alles gesagt wurde. Der Teufel, so zumindest steht es in der Bibel, dass das hier, was dort propagiert wird und die Ideologie, die dahinter steckt hier, dass das absolut unbiblisch ist. In der Bibel steht, dass das Sünde ist, was hier. Ich verstehe den Zusammenhang nicht. Also, der Satan, der weiß ganz genau, wenn wir das christliche Weltbild als wahr voraussetzen, dass es nur eine einzige Sünde braucht, nämlich nicht an Jesus zu glauben. Und das reicht vollkommen aus, sodass man in die Hölle kommt. So, jetzt ist die Frage an euch Christen. Warum braucht jetzt der Satan zusätzlich noch die LGBTQ-Bewegung, die auch eine Sünde sein soll? Warum auch immer. Erklärt mir das mal. Ich verstehe es nicht. Hier propagiert wird. Punkt. Und Gott ist nicht jemand, der sich weich kochen lässt. Und Gott ist auch nicht jemand, der seine Meinung ändert. Das, was hier propagiert wird, ist Sünde. Er hat das Erlösungskonzept geändert. Zuerst hat er gesagt, dass die Tiere geopfert werden müssen, damit die Sünden vergeben werden. Und dann hat er das Erlösungskonzept geändert, nämlich, dass Jesus geopfert werden muss, damit die Sünden vergeben werden. Also hat er sehr wohl seine Meinung geändert bezüglich darauf, wie das Erlösungskonzept aussieht. Und er hat auch noch in der Bibel gesagt, es freut mich, dass ich sie gemacht habe. Das heißt, zuerst hat er die Menschen erschaffen und dann hat er es bereut, sie erschaffen zu haben. Also er hat sehr wohl seine Meinung geändert. Und wenn wir einfach mal mit der geistlichen Brille an die Sache gehen, dann werden wir dieses Zeichen hier, was propagiert wird übrigens im Fußball, in Filmen und überall wird das gepusht. Warum? Weil der Teufel irgendwo die Welt in seiner Hand hat, die Welt unter seiner Kontrolle ist. Und deswegen hat er die Macht dazu. Und es gibt auch viele Menschen, die sagen, ja, die Welt wird regiert über ganz weite Strecken von Menschen, die voll und ganz in der Hand Satans sind. Und deswegen pusht er diese Agenda überall und überall. Und für uns ist das ein Zeichen, ah, es gibt eine Verbindung und das führt direkt in die Zeit von Noah. Also du musst mir jetzt, wenn du sagst, dass es eine Agenda gibt, mir bitte erklären, was das Ziel dieser Agenda ist. Und als Christ würdest du wahrscheinlich behaupten, die Menschen dazu zu bringen, sich für Homosexualität auszusprechen, wodurch der Mensch Sünden begeht. Und der Satan will, dass die Menschen Sünden begehen, damit, was passiert, damit sie in die Hölle kommen. Aber das, wie gesagt, ist unnötig, weil es reicht ja schon, wenn die Menschen einfach noch nicht an Jesus glauben. Und dann kommen sie auch in die Hölle. Also von daher, was soll das? Und es ist interessant und deswegen Alarmstufe Rot, weil Gott, ich werde dir jetzt etwas erklären, was du unbedingt, unbedingt wirklich aufmerksam zuhören solltest, also dir merken solltest, in was für einer Zeit wir uns gerade befinden. Das ist ein Eindruck, den Gott mir gegeben hat, den möchte ich mit dir teilen. Gott hat ja damals gesagt, Gott sprach, meinen Bogen habe ich gesetzt in die Wolken, der soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und der Erde. 1. Mose 9, 13 Du musst es jetzt so sehen, Gott hat uns einen Bund gegeben, ja, als Zeichen. Er schließt in dem Sinne Frieden mit der Menschheit, wird keine Sintflut mehr über die Menschheit schicken, hat er ja versprochen. Und der Teufel geht... Frieden schließen von Gott aus, das macht überhaupt keinen Sinn. Es kann nicht sein, dass sich Gott und der Mensch sich im Krieg befinden, weder von der einen noch von der anderen Seite. Weil du kannst Gott nicht angreifen von der menschlichen Seite aus und Gott kann die Menschen schon angreifen, aber das wäre ziemlich unfair, weil er ist allmächtig und wir nicht, das macht auch keinen Sinn. Er geht jetzt daher und nimmt den Bund Gottes, also den Regenbogen und verdreht und perversiert diesen Bund Gottes in etwas völlig komplett Entgegensetzliches, also was überhaupt nicht im Einklang mit dem Willen Gottes steht, mit dem Wesen Gottes. Und er nimmt das, musst du dir vorstellen, das ist natürlich der Teufel, das ist biblisch gesehen leider so, nimmt das, zack, benutzt das und provoziert damit und die Menschen merken es noch nicht mal direkt Gott. So nach dem Motto, ja schau mal, dein Regenbogen, ja guck mal, was die mit deinem Regenbogen machen. Und das ist ja traurig, weil bis zum heutigen Tag erscheint dieser Regenbogen am Himmel. Das ist sowas von absurd. Es ist so ein Schwachsinn. Ich habe euch bereits gesagt, der Satan kann Gott nicht provozieren, das geht per Definition nicht, weil Gott wäre dann ein unsouveränes Wesen, wenn es ginge und der Satan weiß das ja auch, weil er diesen Gott erkennt. Das macht überhaupt keinen Sinn. Die Frage ist jetzt, was steckt denn ansonsten hinter dieser Agenda? Also, das hängt alles damit zusammen, der Alois Irlmayr hat gesagt, es wird einen Sittenvorfall geben, die Finsternis, unsere Finsternis, vor der wir die Menschen warnen, lenkt jetzt die Menschen ab. Ja, das ist eine riesengroße Ablenkung. Die Christen, denen wird eine künstliche Bestätigung gegeben, dass ihr Weltbild die Wahrheit ist, wie wir hier sehen. Und ansonsten sollen die Menschen einfach abgelenkt werden von den eigentlichen Sachen, die sie tun sollen, nämlich sich bilden, sich informieren, sich spirituell entwickeln, an ihrer Persönlichkeitsstruktur arbeiten, über die Welt nachdenken, ja und so weiter, all diese Dinge. Und jetzt wird das Thema Homosexualität einfach auf die Goldwaage gelegt. Das soll die Einheit der Menschen einfach ablenken von den wichtigen Dingen des Lebens. Und kurz nochmal, um zu zeigen, wo das eigentlich herkommt. Die negative Seite ist ja sehr unkreativ, das heißt, die kann nichts anderes machen, außer Sachen zu kopieren, weil die sind ja nicht schöpferisch. Und hier steht, 1978 hatte die Flagge acht Farben. In der heute gebräuchlichen Variante sind es sechs. Werden wir später auch noch sehen. Oder haben wir schon gesehen. Die Farben des Regenbogens stehen dabei für unterschiedliche Aspekte des Lebens. Von oben nach unten steht Rot für Leben, Orange für Heilung, Gelb für die Sonne, Grün für die Natur, Dunkelblau für Klarheit und Lila für die Seele. Weil wir haben ja auch das siebte Chakra, das Kronenchakra. Das steht auch für unsere Anbindung an den Kosmos. Die anderen Farben sind ja das Sakralchakra, das Wirtelchakra und das Solarplexuschakra für Gelb, Orange und Rot. Und Türkis und Indigoblau und Grün sind dann die Chakren für Herz, Hals und drittes Auge. Also das kommt alles daher, diese sieben Farben kommen ursprünglich daher, ja. Und natürlich von dem, was ich gerade euch vorgelesen habe. Das heißt, die Finsternis kopiert einfach irgendein Konzept von uns und macht dann daraus irgendetwas anderes für ihre Agenda, für ihre Ablenkungsagenda, ja. Das ist damit gemeint. Und es ist so unfassbar traurig, liebe Schwester, wenn du darüber nachdenkst, was der Teufel jetzt mit diesem Bund gemacht hat. Er zieht das völlig in den Dreck, völlig in den Dreck. Und ja, und heutzutage verbinden die Menschen mit dem Regenbogen, der eigentlich das Zeichen Gottes ist, ja. Überhaupt nicht mehr Gott damit, sondern das hier. Also wir schon. Wir sind Pantheisten und wir Pantheisten sind der Meinung, dass Gott in allem drinnen ist oder dass alles ein Teil von Gott ist. Das heißt also auch, Gott ist im Regenbogen drinnen, in jeder Wolke, in jeder Pflanze und so weiter. Der Teufel handelt immer so tatsächlich über weite Strecken. Er geht ins Wort, zack, und nimmt etwas, was Gott wichtig ist, was Gott heilig ist. Das macht keinen Sinn, weil dann wäre ja etwas an die Emotionen Gottes geknüpft und dann wäre Gott irgendwie triggerbar. Also das ist nur bei uns Menschen so, dass uns Dinge wichtig sind und dass andere Dinge nicht wichtig sind. Das macht bei einem Gott keinen Sinn. Das ist wieder die Projektion des Menschlichen auf Gott. Und er verdreht das. Er verdreht das komplett ins Gegensätzliche und greift damit direkt Gott an, provoziert Gott, spottet Gott und so weiter. Aber Gott lässt sich nicht spornen. Interessant natürlich ist hier, dass wir eben direkt eine Verbindung zur Zeit von Noah haben. Interessant übrigens auch hier, die Farben hier, die heute im Umlauf sind, das sind sechs Farben. Zehnmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Früher, oder beziehungsweise der echte Regenbogen hat sieben. Muss ich dir mal vorstellen. Sieben als die Zahl der Vollkommenheit in der Bibel. Und sechs, wenn wir uns auch an die Offenbarung erinnern, die Zahl des Teufels irgendwo. Sechs, sechs, sechs. Du musst mal folgendes sehen. Der Teufel hat es geschafft, Gott auf höchste Maß zu provozieren. Und Gott lässt es zu. Äh, nein. Er hat es nicht geschafft, ihn zu provozieren. Aber du hast gerade selber gesagt, Gott lässt sich nicht spotten. Du? Damit du, wenn du geistlich an die Sache gehst, weil die meisten Menschen checken überhaupt nicht, was hier gerade abgeht. Die denken, oh, das ist einfach nur toll. Und ja, Gott ist quer und was auch immer. Das ist natürlich völliger Schwachsinn. Weil die Bibel sagt ganz klipp und klar, Gott ist heilig. Gott hat einen Willen. Gott hat einen Weg. Gott hat eine Meinung. Es ist nicht so Gott, der quer und so weiter. Das ist die größte Provokation überhaupt. Und auch hier, wenn du denkst, das wäre alles Zufall und so, ist es kein Zufall. Du sollst jetzt, wenn du mit, also wenn du geistlich an die Sache gehst, wirst du erkennen, ja, wir sind auch im moralischen Verfall und viele, viele Sünden auf der ganzen Welt. Die Welt befindet sich wirklich an einem unfassbaren, gefährlichen Punkt, weil der Herr hat das provozeit. Es wird sein wie zur Zeit von Noah und das hier ist ja einer der Beweise, dass wir uns gerade befinden, wie zur Zeit von Noah. Und ich sage dir noch was. Hier übrigens das Thema mit der, Moment, ich werde dir das gerade nochmal vorlesen. Hier steht ja, wir werden das gerade mal analysieren. Es wird sein wie zur Zeit von Noah. So, sie aßen, sie tranken, sie heiraten und ließen sich heiraten, bis zu dem Tag, als Noah in die Arsche ging. Das heißt, es wird eine Zeit sein, wenn Jesus kommt. Die Leute essen, trinken, heiraten, steht hier. Das heißt, es wird keine Zeit sein, wo die Leute in Isolation sind während einer Pandemie und nicht heiraten und so weiter. Nein, sie werden heiraten. Also der Alltag wird da sein. So wird die Zeit hier beschrieben. So, und es wird alles völlig normal sein. Deswegen, als Noah damals in die Arsche ging, dachten die Menschen noch, der ist völlig bescheuert, weil mitten in der Wüste, so nach dem Motto, wo es nie geregnet hat, geht er in die Arsche. Wie verrückt muss man denn sein? Das heißt, kein Mensch hat... Und warum hat dieser hinterhältige Gott dann auch noch die Arche in der Wüste platzieren lassen, damit die Menschen es unlogisch finden, wodurch sie noch weniger daran glauben, dass der nur etwas Sinnvolles macht? ...hat zu dem Zeitpunkt gemerkt, wie gefährlich die Situation überhaupt war. Aber es geht weiter. Ebenso ging es auch in den Tagen Lot, so sie aßen, sie tranken, sie kauften, verkauften, sie pflanzten und bauten. Wann pflanzt man denn und wann baut man? Weil man denkt, das Leben geht ganz normal weiter und weiter und man sieht gar keine Probleme und Schwierigkeiten mäßig so und man macht richtig... Die meisten Menschen pflanzen und bauen nicht. Heutzutage lassen sich die Menschen alles liefern. Die Menschen würden dann pflanzen und bauen, wenn wir eben nicht alles normal hätten, wie so wie sonst immer, weil wir selber Sachen anbauen müssten, weil wir beispielsweise nicht mehr mit der Inflation klarkommen, mit den hohen Lebensmittelpreisen. Das wäre also eine unnormale Situation. Langfristige Zukunftsplanung. Ja, und das ist irgendwie ein Kennzeichen, wie Gott handelt. Gott kommt nicht, also der Herr wird nicht kommen, so nach dem Motto hier, während alle irgendwie in Höhlen versteckt sind, ja, am Ende der Zeit, ganz am Ende der Zeit wird das tatsächlich passieren, wenn reiche Menschen sich verstecken und sagen, oh nein, fallt über uns her, ihr kennt ja diese Stelle, wo sie dann richtig Angst haben, weil sie realisieren, okay, Jesus Christus kommt wieder und wir haben unser Leben einfach komplett verballert auf den Punkt gebracht. Es ist jetzt wirklich so, es führt kein Weg daran vorbei, dass wir vor seinem Angesicht stehen werden. Aber interessant ist hier, die Zeit des Menschen, also für mich steht das 100% auch für viele andere, die sich eben biblisch damit auseinandergesetzt haben. Wie gesagt, nicht alle, ja, vielleicht lieber Bolivisch, das hast du dann eine andere Meinung, aber meiner Meinung nach steht das hier eindeutig für die Entrückung, wo Jesus in den Wolken wiederkommen wird. Warum? Weil das ist ein Kennzeichen davon, es wird plötzlich sein, unerwartet sein für die Menschheit. Es wird sein, an einem ganz normalen Alltag. Und hier steht auch weiter. An dem Tag aber, als Lotos so rum wegging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und vertilgte alle. Interessant ist hier auch folgendes, hier wird Feuer und Schwefel genannt, okay? Der Herr hat versprochen mit dem Regenbogen, dass er keine Sintflut mehr schicken wird, aber laut der Offenbarung wird wieder Feuer vom Himmel kommen. Und das auch in Form laut der Offenbarung eines Dritten Weltkrieges, der auch Teil der Trübsalzeit sein wird. Ich behaupte, der Dritte Weltkrieg kommt niemals. Also, wenn der Dritte Weltkrieg nicht kommt, dann sollte der Christen euch wirklich Gedanken darüber machen, ob das, was die Bibel sagt, wirklich wahr ist. Und wenn du dir mal die Entwicklungen auf der Welt anschaust mit der Ukraine, auch aber mit, an vielen anderen Stellen gibt es ja Baustellen ohne Ende, könnte man meinen, ja, auch vor einem Dritten Weltkrieg könnte man theoretisch vor der Tür stehen. Theoretisch. Aber ich sage dir folgendes, gerade so wird es dann an dem Tag, da der Menschen, da der Sonne des Menschen geoffenbart wird. Okay. Hier steht, dann ist hier ein Aufruf, wer auf dem Dach ist und sein Gerät im Haus hat, der steigt nicht hinab und dasselbe zu und ebenso wer auf dem Feld ist, der kehre nicht wieder zurück. Das heißt, Gericht wird über die Menschheit kommen. Und wenn ich dir jetzt mal dieses Bild zeige, ist das folgendermaßen. Die Menschheit provoziert Gott so sehr, und das ist natürlich vom Teufel bewusst hervorgerufen, provoziert Gott hiermit so sehr mit etwas Heiligem, weil alles, was Gott tut, ist heilig. Kannst du mir mal sagen, was der Teufel sich dabei denkt, wenn der Gott provoziert? Ich meine, wenn du jemanden provozieren willst, ja, dann hast du doch immer eine Absicht dahinter, was du mit dieser Provokation erreichen willst. Und was soll Gott denn der Meinung des Teufels nachmachen, wenn er provoziert ist? Oder geht es einfach nur dem Teufel darum, den Gott zu verletzen, zu kränken, zu ärgern? Also ich verstehe die Logik einfach nicht, obwohl wir gerade gesagt haben, dass dieser Gott sich nicht provozieren lässt. Also was soll das? Heilig, ja. Also der Teufel nimmt etwas Heiliges und zieht das völlig in den Dreck und macht daraus etwas absolut Unheiliges, greift damit übrigens direkt in Gottes Schöpfungsordnung, weil hier geht es um das Höchste, um die Schöpfungsordnung. Es geht um die Geschlechter, ja, und es geht direkt in die Schöpfung. Also er trifft den Kern überhaupt, der Menschheit sozusagen, und zieht völlig die Meinung Gottes in den Dreck, ja, geführt von Millionen von Menschen, die mit diesen Flaggen und so weiter durch die Gegend laufen. Und weißt du, was das hier bedeutet? Das Gericht steht doch mittelbar bevor, liebe Geschwäste, ich hoffe, euch ist das bewusst. Ja, weil wie lange wird sich das Gott anschauen? Also das Gericht steht dann bevor, wenn sich der Antichrist auf den Thron Israels setzt. Als nächstes kommt dann der Feuerregen quasi, ja, oder sowas ähnliches. Und da sind wir noch lange nicht. Aber ich behaupte, das wird insofern passieren, wenn es passiert, dass einfach ein Schauspieler sich dort hinsetzt und dann erscheint mit Bluebeam ein Jesus am Himmel und der sagt dann, nehmt die neue Weltordnung an zum Beispiel. So kann ich mir das vorstellen, dass das alles geplant ist. Und das macht doch Sinn, weil wenn die Voraussetzung, damit dieses Zorngericht kommt, das ist, dass sich der Antichrist auf den Thron Israels setzt, dann braucht einfach nur der Antichrist sich niemals auf Israel setzen. Und das Witzige ist auch noch das, dass manche behaupten, dass der Teufel jetzt noch gar nicht in der Hölle ist, sondern der ist erstmal auf der Erde. Das heißt, wenn er den Antichrist auf Israel setzt, dann verursacht dieser Teufel doch nur, dass er in die Hölle kommt. Versteht ihr den Zusammenhang? Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr das anders seht. Aber wenn der Teufel schlau ist, dann sorgt er dafür, dass der Antichrist sich niemals auf den Thron Israels setzt. Und somit kommt auch niemals das Zorngericht. Und somit kommt der Teufel niemals in die Hölle. Also er korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Aber es macht nur dann Sinn, wenn das alles ein Drehbuch ist von der finsteren Seite, weil die dann eine ganz andere Agenda damit verfolgen. Dass ein Schauspieler sich als Antichrist verkleidet und dann sich auf den Thron setzt, damit die Christen glauben, sie hätten recht. Wenn du dann rückblickend sehen willst, dass die Trübsalzeit passiert ist, ja, und irgendwann sagst, ey, wieso ist denn so viel Gericht über die Menschheit gekommen, ja, wenn du dir die Offenbarung anschaust, wie viele Menschen sterben werden und so weiter, ja, kein Wunder. Die Menschheit muss ja Gott so dermaßen provoziert haben, so dermaßen gesündigt haben, sage ich mal, so dermaßen gegen ihn vorgegangen sein, dass das Gericht verdient gewesen sein muss. Erstens, nur weil du irgendwelche sogenannten Sünden begehst, ja, sei es, dass du sonntags nicht in die Kirche gehst, ja, oder Homo-Ehe führst oder irgend sowas halt, ja, rechtfertigt das wirklich, dass du deswegen sterben musst. Jetzt denk mal darüber nach, ob das wirklich verhältnismäßig ist. Und zweitens, glaubst du ernsthaft, dass wir Menschen in der Lage sind, Gott so sehr zu provozieren, dass er ausflippt und Morde begeht? Glaubst du das wirklich? Wenn ja, dann ist dieser Gott ein kleines, egogesteuertes Mädchen, total unsouverän und hat seine Gefühle nicht unter Kontrolle. Das wäre Gott nicht gerecht, ja. Gott ist gerecht und alles, was er tut, ist gerecht, das heißt? Nein, das, was er tut, ist unverhältnismäßig und damit ungerecht. Nichts, was dieser Bibelgott tut, ist gerecht. Nichts. Der einzige Grund, warum du glaubst, dass es gerecht ist, ist, es ist ja Gott. Und das, was Gott macht, ist automatisch gerecht, weil es ja von Gott kommt. Das heißt, die Grundlage für dein Argument, dass es gerecht ist, ist ein Zirkelschluss. Und die Grundlage für mein Argument, dass es nicht gerecht ist, ist die objektiv feststellbare Verhältnismäßigkeit. Das ist der Unterschied zwischen uns beiden. Vielleicht hast du vor Jahren gar nicht verstanden, na, wieso muss das denn so hart sein am Ende der Zeit, ja, die Gerichte, die über die Welt kommen und so weiter und so fort. Aber nein, es wird 100% gerecht sein, weil das, was hier passiert, ist eine globale, globale Verspottung des Wortes Gottes, Verspottung der Meinung Gottes, Verspottung Gottes insgesamt. Also, die Menschen verspotten Gott, obwohl sie nicht wissen, dass sie das tun, ja. Das heißt, die spotten nicht direkt zu Gott, sie sagen nicht, Christen, Gott, du bist ein Idiot oder so, nein, die machen das unabsichtlich, ja, weil die wissen ja nicht, dass da irgendeine Abweichung von der Bibel existiert. Und deswegen wird Gott wütend, weil sie ihn unabsichtlich indirekt verspottet haben. Merkst du, was für ein Blödsinn das ist? Du musst dir das mal so vorstellen, Gott erschafft Menschen als Mann und als Frau. Jetzt kommt deine eigene Schöpfung her und sagt, nö, nicht Mann und Frau, sondern das und das und das und du, du stellst dich sozusagen über Gott, ja, und du, das ist Rebellion gegen Gott auf den Boden gebracht, Pride, dafür stellt es sich auch genau das, womit immer geworben wird, Stolz, ja, Pride, Stolz. Und wie ist der Teufel vom Himmel gefallen? Richtig, Pride, Stolz. Und hat dieser Gott den Teufel so erschaffen, dass er durch seinen Stolz diese Rebellion angezettelt hat? Denk mal darüber nach. Da haben wir wieder die Verbindung. Und jetzt ist es interessant, weil hier steht dann weiter Folgendes. Wer sein Leben zu retten sucht, der wird es verlieren und wer es verliert, der wird es sein. Es wird eine Zeit sein, wo das Gericht über die Welt hereinbrechen wird, so. Und eben, zur Zeit von Noah übrigens, war es ja auch so, kam ja auch das Gericht, so. Das heißt, wir haben jetzt hier eine Verbindung zur Zeit von Noah und was war zur Zeit von Noah? Kam das Gericht, ja. Das heißt, dieser, du musst dir Folgendes vorstellen, dieser, der zeitliche Abstand zwischen dem Regenbogen und dem Gericht war sehr nah. So wird das nicht anders sein, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Ich kann dir nicht sagen Monate, ich kann dir nicht sagen wie viele Jahre, kann ich dir nicht sagen. Ich kenne nicht Tag und Stunde. Ich kann dir aber sagen, unmittelbar auf das hier muss das Gericht folgen. Es geht gar nicht anders. Was sagst du, in zwei Jahren, wenn es immer noch nicht so weit ist, unmittelbar, da ist zwei Jahre ein bisschen zu lang, oder? Hier, jetzt kommt eine Stelle, wo ich sage, ja, es muss für die Entrückung stehen, weil das andere macht keinen Sinn. Ich sage euch, in dieser Nacht werden zwei in einem Bett sein, der eine wird genommen und der andere zurückgelassen werden. Ja, der eine wird genommen, der andere zurückgelassen. Ja, inwiefern soll der eine genommen werden, der eine zurückgelassen? Macht nur Sinn, wenn die Entrückung stattfindet, Jesus auf den Wolken kommt und tatsächlich einer mitgenommen wird, einer nicht. Oder hier steht, zwei werden miteinander malen, der eine wird genommen und der andere wird zurückgelassen werden. Ja, auch hier wieder, wer wird denn mitgenommen, ja, wenn es nicht in der Entrückung ist, wo der Herr auf die Wolken kommt, wie es in Thessalonischer steht, weil, macht doch gar keinen Sinn. Ja, zwei sind auf dem Feld, ja, und dann kommt der Bäcker vorbei und nimmt jemanden mit oder was? Und, hä? So weißt du, was ich meine? Das macht gar keinen Sinn, wenn du mich fragst. Oder zwei werden auf dem Feld sein, der eine wird genommen und der andere zurückgelassen werden. Ja, wer soll denn wen mitnehmen, ja? Das Feuer soll irgendwen mitnehmen oder was ist da genau los? Nein, es macht Sinn, wenn der Herr kommt, einer wird genommen, einer wird gelassen. Und das soll auch Ehrfurcht in uns hervorrufen und deswegen hier einfach ein Aufruf und damit ist das Video auch beendet. Wir leben in sehr, sehr kritischen Zeiten, deswegen menschlich gesehen ist das so, dass du manchmal dir denkst, okay, was hat das jetzt hier für eine Bedeutung? Ich sage dir aber, geh nicht menschlich an die Sache, geh geistlich an die Sache. Geh geistlich an die Sache. Was passiert dir gerade geistlich? Das musst du dich immer fragen. Was passiert dir gerade geistlich? Und wenn du das siehst und überall Fußball, Banken, ja, so Sachen, Filme und was auch immer, diese Propaganda wird so dermaßen gepusht, das zeigt dir wieder, wie mächtig der Teufel auf dieser Welt ist. Er hat keine Macht, über die keine Gott ist. Nein, aber wie mächtig der Teufel auf dieser Welt ist. Das steht auch in der Bibel, Matthäus Kapitel 4, wo der Teufel gesagt hat, beug dich vor mir, bete mich an, ich werde dir alle Rechte der Welt geben. Also Jesus hat nicht widersprochen, der Teufel hat eine gewisse Macht auf der Welt und er beherrscht alle großen, ganz großen Bausteine und ganz großen Dinge, beherrscht er auf der Welt, Medien und so weiter und so fort, über ganz, ganz weite Strecken. Und, ja, und der Herr lässt das zu und möchte von uns, dass wir geistlich wachsam sind, dass wir erkennen, okay, wir gehen jetzt zurück in die Zeit, ja, verbinden das mit dem Bibelfers, ja, es wird sein wie zur Zeit von nur, was denn wird sein wie zur Zeit von nur, wenn der Menschensohn kommt, ja, und in diesem Zusammenhang, ja, zack, passt und auch dazu passt auch, dass immer mehr Aliens gesichtet werden, angeblich Ufus und so weiter und so fort. Damit werden die die Entrückung wegerklären und sagen, ach, ja, die Menschen, einige sind verschwunden, die Aliens haben die Welt gereinigt und was auch immer, bin ich fest von überzeugt. Nein, Claudio, erstens, die Entrückung, die wird niemals kommen, weil eure ganze Endzeitvorstellung total widersprüchlich ist. Ich werde dazu später ein extra Video machen, warum die christliche Endzeitvorstellung falsch ist, indem ich einfach ein paar Sachen aus der Johannes-Aufbarung auseinandernehmen werde. Beispielsweise steht in der Johannes-Aufbarung drinnen, dass die Sterne vom Himmel regnen werden, das kann nicht sein, außer man glaubt in die flache Erde und diese bereits längst wissenschaftlich widerlegt. Und deswegen gibt es auch keine Entrückung. Und zweitens, diese Alien-Invasion, die wird insofern nur kommen, offiziell von der Finsternis angezettelt, um die Menschen zu cyborgisieren. Weil damit wir gegen die bösen Aliens ankommen, müssen wir uns alle cyborgisieren lassen. Weil das ist ihre Agenda, uns alle in Roboter-Sklaven zu verwandeln, ja. Das wäre eine Variante von denen. Weil sie wollen ja ihre neue Weltordnung durchbringen. Das ist das Einzige, worum es der Finsternis wirklich geht. Und selbst wenn es wirklich so sein sollte, dass ihr Christen irgendwie verschwindet, ja. Entweder ihr habt Recht und ihr werdet wirklich entrückt. Spätestens dann weiß ich ja, dass ihr doch Recht hattet und dann gehe ich sofort um zum Bibelgott und fange an, ihnen Vergebung anzubetteln. Jeden Tag. Verstehst du? Das ist einfach nur eine Erklärung, die du dir einfach so ausgedacht hast. Auf Basis deiner Weltanschauung. Deswegen. Aber nach wie vor möchte ich zu einer gewissen Vorsicht aufrufen. Ich möchte jetzt keine falschen Hoffnungen wecken oder so. Ich möchte nicht sagen, ja, die Entrückung findet jetzt jeden Tag oder jeden Moment statt und die wird 100% stattfinden. Ich möchte trotzdem vorsichtig sein. Ja, ich bin 100% davon überzeugt, dass es die Entrückung sein wird, die passieren wird. Aber trotzdem möchte ich zur Vorsicht aufrufen und sagen, ja, wir sollen jederzeit bereit sein, auch den Entwicklungen auf dieser Welt standzuhalten, weiterzumachen und einfach dem Herrn zu vertrauen und ja, um nicht enttäuscht zu sein, wenn mal zu einem Zeitpunkt, wo wir es vielleicht erwartet haben, der nicht gekommen ist. Wie gesagt, ich glaube 100% an die Entrückung vor der Trübsalzeit. Alles andere macht für mich keinen Sinn. Sironjas hat bereits gesagt, dass die Trübsalzeit längst gewesen ist. Das war nämlich die Corona-Krise. In der Bibel heißt auch, dass die Trübsalzeit halbiert wird, also dreieinhalb Jahre. Und die Corona-Krise, die war ungefähr drei Jahre lang. Ja. Und das hatten wir jetzt schon. Und es ist vorbei. Von daher. Aber trotzdem, wir müssen standhaft bleiben, solange wir auf der Welt sind. In diesem Sinne, wie zur Zeit von Noah, zack, haben wir hier wieder. Nur der Teufel hat das verdreht. Und hier den Bund, den Gott gemacht hat, ja, der wird völlig in den Dreck gezogen. Und ich sage dir eins, in der Bibel steht, Gott lässt sich nicht spotten. Merk dir das. Das darfst du nämlich niemals, niemals vergessen. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, wie gesagt, das macht keinen Sinn, weil wenn der Satan die ganze Bibel auswendig kennt, dann weiß der Satan sicher auch, dass sich Gott niemals spotten lässt. Und von daher macht es überhaupt keinen Sinn, dass der Satan den Gott provoziert. Und das heißt, hinter diesem LGBTQ muss eine andere Agenda hinterstecken, von einer anderen Schattenkraft, von anderen Schattenmächten. Und das ist natürlich unsere. Und die wollen einfach eine Ablenkung. Die Menschen beschäftigt halten, damit sie sich nicht Gedanken darüber machen, worum es hier wirklich geht. Ja, das war's. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es war ein bisschen Leerreis für euch. Und könnt was mitnehmen aus diesem Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao.